Ja, hallo meine liebe Sängerin. Bist du eine Popsängerin, die vor allem in der Bruststimme singt, die vor allem beltet? Und wenn ich dich jetzt frage, magst du deine Kopfstimme? Was ist denn deine Antwort? Oder wenn ich dich frage, trainierst du deine Kopfstimme regelmäßig? Was ist dann deine Antwort? Falls du deine Kopfstimme liebst und du deine Kopfstimme regelmäßig trainierst, dann ist das wahrscheinlich nicht das am besten geeignete Video für dich. Aber wenn du dich so ein bisschen angesprochen fühlst und denkst, ah, meine Kopfstimme, die mag ich irgendwie nicht so gut oder ich mag sie nicht so gern wie meine Bruststimme oder ach, ich mag meine Kopfstimme nicht, wie sie klingt oder ich finde meine Kopfstimme ist irgendwie so schwach, dann könnte dieses Video richtig sein für dich. Und zwar hat mich eine Schülerin dazu inspiriert, die auch Popsongs singt, die viel in der Bruststimme singt, viel beltet. Und dann kam sie kürzlich mit einem Kopfstimmlied daher und ich habe sie so beobachtet, wie sie singt. Und nachdem sie mit dem Song fertig war, habe ich sie einfach gefragt, wie ist denn deine Beziehung zu deiner Kopfstimme? Und sie schaut mich so leicht verwirrt an und denkt so, Beziehung mit meiner Kopfstimme? Und sagt so, ja, gut. Und ich habe ihr das aber nicht ganz abgenommen. Und als wir dann weitergearbeitet haben mit der Kopfstimme, ist es irgendwann herausgeplastet und sie hat gesagt, weißt du, ich mag meine Kopfstimme nicht, die klingt irgendwie so schwach und irgendwie, ich mag sie nicht. Und dann habe ich geschmunzelt und gesagt, erinnerst du dich, was die erste Frage war nach deinem Kopfstimm-Song? Ich habe dich gefragt, was ist die Beziehung zu deiner Kopfstimme? Und du hast gesagt, gut. Und jetzt erzählst du mir, ich mag meine Kopfstimme nicht. Und falls du dich jetzt mit diesen Worten angesprochen fühlst, wie gesagt, dann ist dieses Video richtig für dich. Denn ja, es ist eine Tatsache, dass im Popgesang, dass der größte Teil der Zeit singt man in der Bruststimme als Frau. Man beltet. Klar, es gibt Kopfstimm-Songs, es gibt Kopfstimm-Verzierung, Kopfstimm-Teile, aber ich würde mal so grob über den Daumen gepeilt sagen, so 80% von der Zeit ist eine Popsängerin, singt sie sicher in ihrer Bruststimme. Und deshalb vernachlässigen leider auch viele ihre Kopfstimme oder eben mögen sie nicht. Und ich möchte gerne mit dir so ein paar Gründe anschauen, weshalb das so ist und natürlich auch, was du dagegen tun kannst und dir auch ein paar ganz konkrete Übungen zeigen. Also zuerst mal fangen wir mit dem Alltag an. Deine Sprechstimme, deine Bruststimme brauchst du jeden Tag. Deine Kopfstimme eigentlich nie. Also außer du sprichst vielleicht mit einem kleinen Kind oder mit einem Tier. So süß. Aber normalerweise brauchst du den ganzen Tag deine Bruststimme. Das heißt, schon nur im Alltag ist deine Bruststimme einfach viel trainierter als deine Kopfstimme. Fakt. Außer du sprichst so, das gibt es ja auch. Aber dann würdest du wahrscheinlich dieses Video nicht schauen. Das heißt, das Thema Training ist extrem, ein extrem wichtiger Punkt. Ich vergleiche manchmal die Bruststimme mit meinen Beinen und die Kopfstimme mit den Armen. Jetzt stell dir mal vor, du trainierst immer deine Beine, aber deine Arme nie. Und irgendwann sagst du, ach, meine Arme sind so schwach. Das heißt, wenn du etwas nie trainierst, ja, dann kann es ja nicht gleich stark sein wie der Teil, den du trainierst. Das heißt, damit du deine Kopfstimme auch mögen lernst, wenn du sie bis jetzt noch nicht magst, ist es wichtig, dass du sie trainierst. Und das kann entweder mit Übungen sein oder mit Songs. Ich komme darauf zurück. Dann das Thema Emotionen im Alltag. Wenn ich spreche, bin ich in der Bruststimme. Wenn ich Hey rufe, bin ich in der Bruststimme. Und wenn ich irgendeinen Wutanfall rumschreie, bin ich auch in der Bruststimme. Das heißt, Emotionen drückst du eigentlich immer in deiner Bruststimme aus. Außer eben gesagt, wie ich bereits gesagt habe, wenn du mit Tieren oder Babys sprichst. Das heißt, deine Emotionen sind extrem verknüpft mit deiner Bruststimme. Und deine Kopfstimme ist viel weniger verknüpft mit deinen Emotionen. Weil du ja im Normalfall deine Emotionen ausdrückst mit deiner Bruststimme. Sprechen, rufen, schreien. Das heißt, du musst auch da wie so diese Verknüpfung finden zwischen deinen Emotionen und deiner Kopfstimme. Komme ich darauf zurück. Dann, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, habe ich aber schon oft erlebt. Ich glaube, das Wichtigste ist wie auch dein Entschluss, dich mit deiner Kopfstimme anzufreunden. Und wenn du dieses Video schaust, bin ich sicher, dass du schon auf dem besten Weg dazu bist. Das heißt, mach das auch wirklich mental. Ja, ich bin bereit, mich mit meiner Kopfstimme anzufreunden. Auch wenn ich sie im Moment noch nicht so mag, wenn ich auch noch nicht so toll finde, wie sie klingt. Aber setz dir mal wie dieses Ziel. Nimm dir diesen Entschluss vor. Ja, ich freunde mich an mit meiner Kopfstimme. Weil das ist so ähnlich wie, ich nehme jetzt noch einmal, arme Beine. Wenn ich meine Arme nicht mag, dann muss ich überhaupt wollen, meine Arme zu mögen. Und dann kann ich was tun. Ich kann da arbeiten. Also dieser Entschluss sind, finde ich, extrem wichtig. Also jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, deine Kopfstimme zu trainieren. Ein Weg sind Übungen. Da gibt es übrigens von mir auch zwei Videos dazu. Ein irgendwie 5 Minuten Kopfstimmtraining und ein 15 Minuten Kopfstimmtraining. Ich verlinke es dir unten in der Infobox. Dass du also regelmäßig deine Kopfstimme trainierst. Weil wie gesagt, im Alltag tun wir das praktisch nie. Falls du keine Lust hast auf Übungen, kannst du das natürlich auch mit Songs tun. Und Tatsache ist, es gibt viel weniger Kopfstimm-Songs im modernen Bereich als Bruststimm-Songs, wie ich anfangs erwähnt habe. Das heißt, such dir Songs aus von Sängerinnen, die Kopfstimme singen. Also eine Billie Eilish wäre da zum Beispiel dabei. Oder eine Bird, die zum Beispiel häufig so im ersten Teil des Liedes, wo sie Kopfstimme singt. Oder wenn dieses ganze luftige Kopfstimm-Klang nicht so gefällt, dann könntest du zum Beispiel auch mal Musical-Songs singen, die in der Kopfstimme gesungen sind. Oder falls du magst, nimm ein paar klassische Gesangstunden, sing ein paar klassische Lieder, wo du deine Kopfstimme einsetzen kannst. Oder geh in einen Chor und sing im Sopran mit in der Kopfstimme. Das heißt, trainiere deine Kopfstimme mit Übungen oder mit Songs. Was ich auch sehr häufig erlebe, ist, dass Sängerinnen, die früher nur Kopfstimme singen konnten, und dann haben sie irgendwann ihre Bruststimme entdeckt und das Belting häufig so wie gar nicht mehr zurück wollen. Das heißt, sie sind so auf den Geschmack gekommen mit ihrer Bruststimme und ihrem Belting, dass sie wie plötzlich so die Kopfstimme fast ablehnen, weil das war ja früher, als ich das andere noch nicht konnte. Das heißt, falls du zu dieser Kategorie gehörst, schau auch unbedingt, dass du deine Kopfstimme nicht vernachlässigst. Sie gehört zu dir. Also, jetzt komme ich zu meinen Tipps. Tipp Nummer 1. Viele Popsongs, die in der Kopfstimme gesungen werden, wirken erst mit Mikrofon. Weil sie irgendwie, ich mache jetzt irgendeinen Satz, I feel the love, I feel the love, weil sie so wie ohne Mikrofon noch nicht sehr viel hergeben. Das heißt, wenn du luftige Kopfstimm-Songs singst, eben à la Billie Eilish, nimm wirklich ein Mikrofon. Also, zu diesen luftigen Kopfstimm-Sachen gehört wirklich das Mikrofon dazu. Das wäre mein Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2. Ich habe dir vorher erklärt, dass wir eigentlich Emotionen nie in unserer Kopfstimme ausdrücken. Und deshalb gehen auch viele so wie ein bisschen weg von ihren Emotionen, sobald sie in der Kopfstimme singen. Ich mache dir extra ein Beispiel und du kennst mich. Ich übertreibe immer furchtbar. Ich nehme Only Hope von Mandy Moore und mache einmal die Version, wo immer, wenn ich in die Kopfstimme gehe, singe ich so à la, ja, ich bin jetzt in der Kopfstimme und weg von meinen Emotionen. Also, ich übertreibe. There's a song that's inside of my soul It's the one that I've tried to write over and over again Was ich meine, man sieht es dann den Sängerinnen am Gesichtsausdruck an, man hört es an der Stimmfarbe an, das ist einfach Jetzt bin ich in der Kopfstimme Das heißt, lege deine Gefühle auch wie in die Kopfstimme, das du machst There's a song that's inside of my soul It's the one that I've tried to write over and over again Dass auch dein Gesichtsausdruck dabei bleibt, dass du immer noch meinst, was du fühlst. Und da ist mein letzter Tipp, ich liebe diesen Satz. Es gibt einen Satz, der heißt In der Kopfstimme, im Brustton der Überzeugung bleiben. Zieh dir das nochmal rein. In der Kopfstimme, im Brustton der Überzeugung bleiben. Ich habe noch ein anderes Beispiel dabei, ein aktuelles. Billie Eilish, What was I made for, aus dem Barbie-Film. Ich beginne tiefer. Okay. Wenn ich jetzt einfach so denke, ah, ich singe in der Kopfstimme, hänge meine Emotionen ab Und ich mache I don't know how I feel Kopfstimme Oder ob ich wirklich so, hey, ich lege auch meine Emotionen in die Kopfstimme I don't know how I feel Das heißt, ich lege meine Emotionen rein und auch meinen Gesichtsausdruck Ich sage da manchmal mit einem Augenzwicken Channele deine innere Mariah Carey Mariah Carey hatte eine Phase, wo sie fast nur so luftige Kopfstimme gesungen hat Und sie hat das immer so voller Inbrunst gemacht Also es heißt, Kopfstimme oder auch luftige Kopfstimme singen Heißt nicht, dass du nicht emotional dabei bist Nur weil quasi wenig Stimmpower rauskommt Sondern gerade weil die Stimme so sanft ist Musst du es umso mehr mit Emotionen füllen Also channele deine innere Mariah Carey Schau auf deinen Gesichtsausdruck Nimm die Gefühle rein Wir machen gerade zusammen diese Übung Das ist einmal immer so, wie ich das nenne, Poker Face machen Also ohne Emotionen, ohne Gesichtsausdruck Und dann mit Wir nehmen gerade diesen Satz I don't know how to feel I don't know how to feel Ohne Emotionen du machst I don't know how to feel Und jetzt wirklich fühl dich wie die Mariah Carey zu ihrer Kopfstimmzeit I don't know how to feel Gehen einen höher Poker Face I don't know how to feel Mit Emotionen I don't know how to feel Ohne Emotionen I don't know how to feel Mit Emotionen I don't know how to feel Wir bleiben mit Emotionen I don't know how to feel Jetzt machen wir es wieder mechanisch Poker Face I don't know how to feel Und wahrscheinlich musst du lachen, weil ich es so übertreibe, aber glaube ich, ich sehe das täglich Mit Emotionen I don't know how to feel Wir bleiben in dieser Emotionen I don't know how to feel Ohne Emotionen I don't know how to feel Und dann wird es brutal langweilig I don't know how to feel Also jetzt sind wir dann auf dem Originalton Hier ist es I don't know how to feel Das war die Originalhöhe Das heißt, pack deine Emotionen in die Kopfstimme Bleib in der Kopfstimme Im Brustton Überzeugung Denk an Mariah Carey Ich brauche manchmal auch den Satz Sterbender Schwan Und in sterbendem Schwan meine ich eben dieses I don't know how to feel Obwohl ich wenig Stimme gebe Es ist dramatischer Deshalb der sterbende Schwan Ich glaube, du weißt, was ich meine damit Und noch als letzten Tipp Bleib sprechnah Also, dass du wirklich so nah wie möglich an der Sprechstimme bleibst Ich mache manchmal mit den Schülern auch die Übung I don't know how to feel Das ist mal einfach wie nur ein Sprecher Als würde ich eine Kopfstimme sprechen Was wir beide zu Glück ja nicht tun I don't know how to feel Und dann ist es genau da I don't know how to feel I don't know how to feel I don't know how to feel So, ich hoffe, du konntest etwas aus diesem Video mit rausnehmen, rausziehen Und bin natürlich sehr gespannt Was ist deine Beziehung zu deiner Kopfstimme? Magst du deine Kopfstimme? Trainierst du deine Kopfstimme? Schreib es mir unten in die Kommentare Ich selber zum Beispiel Ich singe unterdessen seit 38 Jahren Ich habe die ersten 10 Jahre meines Lebens nur Kopfstimme gesungen Weil ich war Sopran Habe klassisch gesungen War nur in der Kopfstimme unterwegs So als Teenager Und ja, habe dann die Bruststimme entdeckt Das Belting und so weiter Und war auch mal in der Phase Wo ich meine Kopfstimme wie nicht mehr so mochte Weil eben das war früher Und ich war froh, dass ich das andere entdeckt habe Und unterdessen liebe ich meine Kopfstimme Und ich trainiere sie auch täglich Zum Beispiel auch beim Einsingen Ich beginne immer in der Kopfstimme Und ich finde Kopfstimme und Bruststimme Wenn du beides machst Also einerseits ist es sehr wichtig Für den ganzen Klangfarbenreichtum Dass du viele Farben zur Verfügung hast Aber andererseits ist es auch wirklich sehr wichtig Für die Stimmgesundheit Und für all deine Mischungen Für die Muskelkoordination von Brust- und Kopfstimme Also ich wünsche mir sehr für dich Dass du dich mit deiner Kopfstimme anfreundest Dass du sie trainierst Sei das mit Übungen Sei das mit Songs Und ja, wenn dir dieses Video geholfen hat Dann freue ich mich über einen Daumen hoch Oder über einen Kommentar Und falls du es noch nicht gemacht hast Dann abonniere doch meinen Kanal Und ich freue mich darauf Wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist Tschüss